euer Cousins und Cousinen was geht ab hier ist euer Delman auf jeden fall wir reagieren auf Loon steht auf ich bin gespannt ich bin gespannt dieses Video fängt schon sehr Beyoncé mäßig an kennt ihr noch dieses Lied wo die so steht mit den ganzen Frauen ja klingt gut oh Bruder Bruder Loon Schwester Schwester komm doch nicht so wild hier auf diese Song wir wissen dass du singen kannst ich weiß ich weiß das aber mach doch nicht so gefährlich ist das gerade ich wusste schon dass sie singen kann so aber generell so ich kann ich kann ich appreciate dass sie singen kann und so aber halt so Musik manchmal gefällt ist Geschmackssache aber Bruder das hier gerade ne das beeindruckt mich Bruder ich sag dir jetzt ganz ehrlich ne ich sag dir jetzt ganz ehrlich für diese ganzen Leute die das vielleicht hier sehen werden und dies und das Loon sieht gerade übertrieben hübsch aus mit dieser Gewand Wallah die sieht übertrieben hübsch aus gerade voller dicht im Staub für Gina stehen wir auf alle unterdrücken Frauen lasst uns kämpfen für Gerechtigkeit ja Bruder diese diese ich weiß nicht wie wie die das betont mit der Stimme ne Gerechtigkeit ich hör ich wünschte ich könnte singen ich wünschte ich aber mal aus meinem Mund kommt nur scheiße und das hört sich auch nur scheiß an wie so ne Pippstimme auf jeden Fall Maximum für die Freiheit aller Menschen von der Menschlichkeit auf dass die Kinder wieder lächeln für Gerechtigkeit Bruder Bruder jetzt schauf ich will jetzt hier ja nicht zu viel hypen und so lass mal beiseite diese Song und diese diese Stimme Bruder die Lyric 1a ich sag dir die spricht dir Fakten Bruder ich schwöre die spricht dir Fakten Bruder du genau du listen to this shit für jedes Herz das noch verletzt ist für mehr Menschlichkeit steht da wohl lasst uns dafür kämpfen ooooh 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 das ist gerade ne was vom gesang her das beste was ich in deutschland an gesang gehört habe sage ich euch ganz ehrlich von der frau maximum bruder max oder dass das zerreißt mich gerade wir sind auf einer welt in der sich ganze völker hassen auf einer welt wo kinder hundern kleine krieger tragen warten die sprich hier fakten aber auf eine wilde so rb art mäßige nun max du hast mich beeindruckt sie fühlen sich nicht betroffen weil sie sorglos und weil sie sagt hör der schwester einfach zu hör der schwester einfach zu respektiert frauen respektiert kinder respektiert männer bruder die leute müssen sich nicht mehr gegenseitig heißen jeder neidet über den anderen oder gönnt doch einfach allen menschen korrekt untereinander china stehen wir auf alle unterdrücken frauen lasst uns kämpfe für die freie menschen die hat mich genommen mit der menschlichkeit hofft dass die kinder wieder lächeln für gerechtigkeit für jedes herz das noch verletzt ist ich wünschte ich könnte auch so wild singen ja aber ey ey bruder checkt auf jeden fall dieses lied ab bruder die spricht hier fakten die spricht über wahre real themen oder nicht dieser scheiß ich hab ein gucci uhr gekauft mit meiner gold chain komm ich in mein haus sehe ich drei bitches nach der haus dreht sich ich weiß jetzt nicht worum es geht jetzt um die namen vielleicht verstorbene familie oder so ich hab das nicht mitbekommen aber auf jeden fall die frauen leben freiheit wie die bergte oder das war halt human life freedom in einer sprache eine sprache die ich nicht verstehe kann auch gut sein oder nun hat gerade hier ein meister weil ich schwöre dass wir das ist schwer zu toppen ist diese wache oder vergisst es einfach vergisst es einfach mit einer gold chain und einer karotte in hose oder vergisst es einfach nun hat abgerissen nun hat abgerissen bruder check das auf jeden fall abonniere dem man abonniere